Musik Magic Mond Kannst du dir vorstellen, oder? Ja, ähm Mensch Sarah, während dein Date nur von sich selbst erzählt, trifft Lisa jemanden, der ihre finanzielle Zukunft sichert. Die am besten investierten 30 Minuten des Jahres. Das Anlagegespräch. Jetzt Termin vereinbaren bei ihrer Sparkasse. Endlich wieder. Wir sind bei der Wunschbaumaktion der Le Rose Stiftung, bei der Stadtsparkasse Remscheid. Tanja Breidenbach bei mir. Wunschbaumaktion der Le Rose Stiftung. Eine Tradition. Wer kann denn hier seine Wünsche abgeben? Wir haben den Kinderschutzbund und das Mädchenheim aus Remscheid, die hier ihre Wünsche im Baum hängen haben. Kannst du uns Beispiele nennen? Was ist dieses Jahr so dabei? Ich habe mal so ein bisschen gelurrt schon mal, das Verrückte Labyrinth oder ein Bastelset, um Ohrringe, Ketten zu sammeln, Bettwäsche. Es gibt Spielewünsche, die die Kinder haben. Das Verrückte Labyrinth zum Beispiel. Und auch viele Gutscheine sind dieses Jahr dabei, die sich die Kinder wünschen. Und wenn man die Kinder unterstützen möchte, eine kleine Freude machen möchte, bis wann kann man hier sich einen Wunsch abholen? Also man kommt hier zur Sparkasse in Remscheid im Bereich Private Banking, nimmt sich die Karte mit, dann holt man ein Geschenk. Und bitte ganz, ganz wichtig, mit der Karte zusammen das Geschenk hier auch wieder zurückbringen in die Sparkasse und zwar bis zum 15. Dezember. Und wie erfolgt dann die Übergabe der Geschenke? Ja, wir werden dann schauen, ob alles da ist und welche Wünsche noch nicht erfüllt werden. Das machen wir dann als Le Rose Stiftung und dann übergeben wir kurz vor Weihnachten an die Einrichtung die ganzen Geschenke, damit die am Heiligen Abend das für die Kinder organisieren können. Wie viel Spaß macht das auch in der Organisation? Total viel, weil es einfach eine herzlich schöne Aktion ist. Ja, dann danke ich dir und das unsere Eindrücke zur Wunschbaumaktion der Le Rose Stiftung bei der Stadtsparkasse Remscheid.